Die Kühe und die Zetten, und siehe ums Talent. Die Abette und Aktion wird an Schäben gegräbt. Begröst und sind gefühlt, der Grestor läuft hinter mir. Und schärbt es noch zu ihm Fieber-Kam. Ausverkauf! Überhol! Ausverkauf! Die Zeit nimmt seinen Kopf und ganz laut röscht. Ausverkauf! Wir brauchen sie gar nichts zu erzählen, weil ich kenn das. Die Art von Geschäften kenn ich schon. Aber damals, das war eine andere Zeit. Bitte ja! Jawohl! Herr Scheffel! Ja! Ich verstehe! Die alte Käppet schon wieder. Scheffel! Die ist ja vor 40 Jahren auch keine Scheffel gewesen. Ich war damals in einem Geschäft. Das war ein Begriff. Feinkostwahrer. Da hat man gewusst, wenn ich beim Feinkostwahrer was bestell, dann kommt der Herr Karl. Ich bin immer der Herr Karl gewesen. Das war eine schreckliche Zeit. Inflation. In einem Kopf haben wir nichts. So unruhig. Die Menschen waren zornig. Verhetzt. Fanatiker. Und dann ist wieder Hitler gekommen. Er hat mich angeschaut. Mit seinen blauen Augen. Ich habe ihn angeschaut. Hat er gesagt. Ja. Ja. Da habe ich alles gewusst. Wir haben uns verstanden. Ich meine Schatz. Was man uns dann noch hervorgeworfen hat. Das war ja alles ganz anders. Witzig. Und dann haben wir die Kirche wiedergezeichnet. Das war ja alles. Untertitelung des ZDF, 2020